Hallo, ich bin ein ausländischer Student aus einem Drittstaat. Ich spreche aus Erfahrung. Zehn Stunden die Woche, die ich arbeiten darf, reicht mal nicht, dass ich meine lebenswichtigen Kosten wie Versicherungsmiete und Heizungen bezahlen kann. Außerdem werden die Formel vom IMS von großen Unternehmen nicht ausgeführt, weil das zu kompliziert ist. Deswegen müssen wir bei den kleinen Unternehmen arbeiten. Sie nutzen unsere Notlage aus und wir werden ausgebeutet. Ich will so lange arbeiten, wie ich will und wann ich will und wo ich will. Ich bitte euch, die Petition zu unterstützen. Danke. 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 Danke.